Die Saison 2008-09 der französischen Liga 1 begann am 9. August 2008 und endete am 30. Mai 2009. Meister wurde Girondins Bordeaux, zweiter Olympique Marseille und dritter Titelverteidiger Olympique Lyon. FC Toulouse und OSC Le konnten sich für die Europa League qualifizieren. Den Gang in die Ligue 2 mussten SM10 und die beiden Neulinge FC Nantes und Azele Avre antreten. Teams. Tabelle. Kreuztabelle. Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Meistermannschaft Girondins Bordeaux. Torschützenliste. Siehe auch. League 2 2008-09. Coupe de France 2008-09. Division 1 Femine 2008-09.